so weiter geht's mit infamous second stand wir machen heute weiter und wollen uns ja das nächste viertel holen nämlich mit reine wie nach langer langer zeit mit die ganze mission oder alles tun machen wir heute ein bisschen wieder eroberung dazu fangen jetzt mal an die ganze scherben die wir hier die hier so sind reingesprengt wurden zu sammeln da ist noch eine und das ist die letzte so zu 66 prozent ist dieses viertel mittlerweile schon erobert was können wir dann als nächstes machen ein bisschen audio der kamera finden und ein bisschen sprayen also das kriegen wir alles so weit hin das ist nämlich dann dieses viertel hier so dann gehen wir als als erstes jetzt diese audiodatei holen ja ich bin dann halt hör mal so die jungs sind zu schlagen fehlen noch zwei hat sie liste sieht wunderbar mutter schleicht eine drohne die macht sich da lang breit komm jetzt ich glaube ich werde das ganze viertel mein freund jetzt hab ich sie guck mal her hier und damit sind es nur noch 64 prozent so wir wollen ja natürlich wie gesagt noch ein bisschen was tun heute und zwar gehen wir heute ein bisschen audio datei sammeln 89 meter das muss also in ich muss gerade sortieren dadurch dass die hier oben sein müsste fast sogar video entziehen ach fuck ich wollte eigentlich was anderes machen wir müssen neon entziehen ich will diese neon kraft ich will die cola irgendwie als video kraft hau die protokoll ich war teil des teams das diese so lange geschäft hat man sich immer wieder zu entwischen sie tötete ihren bruder mit ihren kräften es war ein unfall und als wir sie fanden war es ein okay okay diese drohne die liegt aber hier oben was drohenartiges oder flattert die nur so ein bisschen tut sie nicht also sich bewegen würde sonst aber ich muss irgendwas sein könnte die scheiß drohne sein wenn wir sich ewig an diese drohne aufhalten ich höre sie doch nicht mehr da unten ist die ne ist er nicht scheiße das war eine spiegelreflektion gut dass ich die neun immer wieder ab jetzt gehen wir kameras zu holen ich hab mich jetzt nicht ewig mit dieser teistrone aus die müsste gegenüber diesem linken schild sein und zwar diese richtung irgendwo moment wo könnten die sein die muss aber hier in diesem gebäude irgendwo sein die ist über dieser tischgruppe was sie denn warte mal die ist über dieser tischgruppe also die müsste hier auf der ecke wo die sitzen da ist sie so was haben wir dann als nächstes noch spray und nen detektiv dann gehen wir jetzt ein detektiv äh gehen wir jetzt äh sprayen so der kann ja schön hochklettern warte mal wo ist denn jetzt da ist es spray jackpot okay ich vermute dass es sogar tatsächlich jetzt gerade ein geldautomat oder so weit wird so 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 das interessiert die gerade gar nicht ne die dupy typen da dass ich jetzt da hier rum sprayen bin ja also das ist ein spielautomat so ein glücksspielautomat ja wunderbar so 40 prozent jetzt fehlt noch der äh der detektiv und dann haben wir es ne ja 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 ich ja 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 ich ja Moment, da ist wieder irgendwer in Nöten. Komm mal her, ja. So, wie gesagt, wir wollten ja jetzt eine Agenten jagen. So, der Typ mit irgendeinem komischen braunen Hoodie. So ein Versuch wert. So, wie gesagt. Ja. Der muss sich ja hier irgendwo befinden. Wo ist der denn? Ich hab ihn. Den hat er. Das hat er nicht mitgenommen. Mitgeschnitten. So. Dann gehen wir jetzt die Audio-Datei noch holen. Äh, die Drohne hier oben noch holen. Die hier oben liegt. Und dann haben wir das Thema auf 30% und wir können die Stadt einnehmen. So. Da hinten ist der Bossfight. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen, ne? Hör mal. Hör mal. So, Drogen erledigt. Das war ja so ein bisschen nebenbei. Bisschen Beginn. Hallo, hier ist die OP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Geo-Terrorist? Oh, wie? Ja, ich wollte fragen, ob Sie heute Abend schon was vorhaben. Ich kenne eine tolle Reklametafel, die kürzlich übermalt wurde. Sehr hübsch. Sie rauben mir den letzten Nerv. Bleiben Sie, wo Sie sind. Die OP ist unterwegs. Ja, komm her. Sie machen es einem zu einfach. Ja, definitiv machen wir es einfach. Oh, nein, bitte. Achso, das ist nur so ein DOP. Ei, 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 ei. Ja, das sind nur ein paar von den Idioten. So, aber wir haben noch genug Raketen. Das heißt, wir können die auch Jungs auch mit... Warte mal, ich muss ja gerade den Wagen dran. Okay, das will er nicht. Das will er nicht. Okay, der ist schon mal weg. Das ist die große Gefahr. Ist down. Ach, der ist da. Ach, die sind das. Nein. Nein. Jetzt machen wir mal Feierabend mit dir. So, der ist schon mal weg. Der erste von denen. Also der große. Ich muss mich wieder mal ein bisschen aufladen. Damit wir da weitermachen können, das Spielchen. Und jetzt haben wir uns die zwei Flachpfeifen, die da oben rumgammeln. Ne? Die müssen auf dem Haus oben rumlaufen. Okay, der kann sich wehren. Der hat irgendwas gegen uns. War es das? Ja. So viel Ärger hat der große, der mich nicht gemacht am Ende. Nächste Viertel, Robert. So. Renni erledigt. Cool. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Infamous Second Town. Und dann, äh, könnte wir, äh, ja, wir müssen ja irgendwann auch mal weitermachen hier, ne? Mit den, äh, mit den, mit den, oh Gott, das sind ja zwei Teile. Ne, sind die hier oben, ist das okay. Ja, ne, alles gut. Hier ist es nur das eine. Dann holen wir uns das Viertel hier. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bei Let's Play Infamous Second Town. Und dann geht's weiter mit dem Teil What of One. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.